Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt sollen wir keine grosse Schnurre haben im Wald. Sei es nicht gefährlich. Entschuldigung, wir haben den Bär, den Wolf, den Panther und, ganz gefährlich, wir haben den Wanderer. Eine hochexplosive Mischung. Folgedessen trenne die Bestandteile. Jetzt den Wanderer kannst du nur präventiv vergrämen. Also Deeskalation, nicht langsam auf ihn zu gehen, nur eine Hand auf ihn nehmen, bei zwei wird er aggressiv. Denn der Wanderer hat ein angeborenes Autoritätsproblem. Du musst ihn aufklären, will diese Problematik? Wie verhalte ich mich bei der Konfrontation mit dem Bär? Denn das Problem ist ja, dass die Bären alles zu fressen haben. Und auch der Tagestourist, der ohne Profiante unterwegs ist, wenn der eine Flasche Bachblüte bei sich hat, Notfalltropfen. Da ist er schon interessant für einen Bär, wegen dem Alkoholkalt.